Heute gibt's Lachs mit geriebenem Fenchel. Ich weiß nicht, ob das in meinen Videos immer gut genug rauskommt, aber Kochen mit Kindern ist Chaos und kostet viel Zeit. Ellen, Bogen, Blatt, Blatt, Blatt. Man kann einfach nicht strikt zielorientiert arbeiten und ich weiß auch, dass das viele Eltern einfach aus Zeitmangel nicht leisten können. Ich für meinen Teil hab einfach nur das unwahrscheinliche Glück, diesen Zeitaufwand zur Arbeitszeit erklären zu können. Ich hoffe daher, dass meine Videos euch lediglich Unterhaltung und Ideen bringen und kein schlechtes Gewissen.